So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich Eliminierungen mit einer Uhrzeitwaffe. Das Ganze hatten wir eben mit der Tüftlerwaffe. Ich habe euch trotzdem nochmal alles vorbereitet. Also nur zum Verständnis. Das hier sind die drei Uhrzeitwaffen plus den Uhrzeitbogen. Den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Verwechselt das jetzt nicht mit dem Tüftlergewehr und der Tüftlerschrotplinte. Denn die sind die, die man immer nochmal umbauen kann zu einer normalen AR oder zu einer Uhrzeitwaffe. Und das ist einfach nur eine Uhrzeitwaffe und damit müsst ihr halt einen Kill machen. Das Ganze habe ich jetzt vor in Gruppenkeile zu machen. Ich habe jetzt nur gerade nochmal das andere Video schon mal für euch vorbereitet. Mal gerade gucken, ob es funktioniert. Aim, aim, guck mal wie ich drauf bin. Es zählt nicht. So, das müsste, jetzt habe ich die falsche Waffe genommen. Also, der berühmte Vorführeffekt, ihr habt es gesehen. So zählt das Ganze nämlich nicht. Jetzt muss ich nur gerade auf die Suche gehen, wo einer ist. Den ich auch wieder töten kann. Denn, ihr habt jetzt gesehen, mit der Tüftlerwaffe zählt das Ganze nicht. Denn, die Aufgabe hatten wir eben erst. Zack, hallo, Rutsche. Kennt ihr das, wenn die Rutschen einfach nicht klappen wollen? Ach ja. Ach, jetzt aber. So, mal gucken, wo hier einer rumturnt. Den, den, den. Also, ich muss sagen, heute sind die Aufgaben wirklich, ist es sehr leicht. So, mal gucken, ob er stehen bleibt. Ah, er geht, natürlich wird mit der Kegel geklaut. Ihr seht es ja schon, wir haben auch schon nur noch acht Gegner. Also, Gruppenkeile ist derzeit wirklich, jeder geht rein, macht seine Aufgabe, geht wieder raus. Ist halt wirklich nervig irgendwo. So, mal gucken, ob er da bleibt. Aber er sucht sich auch schon wieder den Weg. Ah. Ah, zack. Und ihr seht es oben links, ganz easy den Kill gemacht. Und denkt dran, Gruppenkeile ist zur Zeit ein bisschen verschwitzt. Aber ich denke mir, ihr werdet euch da durchsetzen. In dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß beim Leveln. Ihr seht es jetzt schon wieder, fast Level 182. Es geht also wirklich einfach diese Woche. Und denkt dran, vergesst nicht gerne auch ein Like da zu lassen. Abo nicht vergessen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt rund um Fortnite, in dem Sinne, haut rein.